Peace everybody! Seid alle mal ganz herzlich willkommen zum Johannes-Evangelium. Wir sagen hier alle du und ich bin der Johnny, okay? Ja, ich spüre total positive Vibes und wünsche euch eine bewusstseinserweiternde, tolle Gospel-Experience. Danke, Johnny. Und jetzt konzentriert euch bitte, es geht los mit dem Wort. Das war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wurde es Fleisch und oder Licht, je nachdem, ob die Kühlschranktür auf oder zu ist. Verwirrend? Ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jedenfalls tritt jetzt mal Johannes der Täufer auf. Der predigt die Buße und hat so ein paar Jünger und wird dann gefragt, sag mal, wer bist denn du eigentlich? Ich sag euch, wer ich nicht bin, nämlich der Christus. Das hier ist er, Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und ein Täubchen flattert auch noch rein zu diesem hübschen Get-Together und dann sagt Johannes, das ist Gottes Sohn. Und zum Dank wirbt ihm Jesus zwei seiner Jünger ab, die jetzt mit ihm gehen wollen und sagt, Moment mal, ja, sorry. Aber Jesus besorgt sich auch noch eigene Jünger. Hey, du da, Simon, ich nenne dich jetzt mal Käfers, also Rocky und du wirst jetzt einer von unserer Gang. Ja, okay. Und dann sind sie schon ein paar Leute und gehen zusammen zu einer Hochzeit, die in der Nähe in einem Örtchen namens Kana stattfindet. Und da ist Mutti auch, also Jays Mutti. Und sie sagt, Jay, ja, Mama, die haben hier Probleme, der Wein ist nämlich alle. Kannst du da nicht was machen? Ach, Mama, das ist so peinlich. Immer, danke. Macht einfach, was er sagt, ne? Und er sagt, ja, also bitte, dann macht jetzt mal in diese Waschzuber Wasser rein und bang ist das Wein und zwar von bester Qualität. Und sie so, Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Und nach dieser Wunderpreview fängt Jesus richtig an zu arbeiten. Er geht nämlich nach Jerusalem in den Tempel und räumt auf. Er sagt nämlich, sag mal, was machen denn diese ganzen Händler und diese Viecher hier? Ist hier Viehmarkt oder was? Alles raus. Und die so, meh. Ja, trotzdem. Und dann wird er aber auch gleich gefragt, sag mal, wer hat denn dir das erlaubt? Und Jesus so, was wollt ihr? Reiß den Tempel ab, ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Hä? Der Bau hat 68 Jahre gedauert, länger als beim BER. Gut, man muss schon wissen, dass das von Jays Seite jetzt eine Metapher für seine spätere Auferstehung ist. Dann quatscht ihn ein netter Pharisäer namens Nicodemus an und sagt, hier, ich hab's verstanden, du kommst von Gott. Und er so, ja, um ins Reich Gottes zu kommen, muss er aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Hä? Der Wind bläst, wo er will. Er ist oft schon sehr kryptisch. Ja, aber, also nochmal ganz deutlich. Gott opfert seinen Sohn, um alle zu retten, die an ihn glauben. Oh, okay. Und nachdem er eine Zeit lang parallel zu Jodem Täufer gearbeitet hat, macht er sich auf den Weg nach Galiläa, fährt allerdings in Samarien einmal raus, um Rast zu machen und sagt dann, äh, hier, Samariterin, könnt ich bitte was trinken? Und die so, hä, du bist ein Jude, ihr sprecht doch normalerweise gar nicht mit uns. Ja, ich bin, äh, ein bisschen special von mir, könntest du sogar das Wasser des Lebens bekommen. Was, sind wir jetzt bei Dune oder bist du der Messias? Ja. Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Und sie und ganz viele aus der Stadt Samaria lassen sich überzeugen, das ist der Heiland. Und er heilt einen Jungen in Kana, wo die Hochzeit war. Und dann einen Kranken in Bethesda. Nimm dein Bett und geh. Und die freundliche, öffentliche Meinung wieder, Moment mal, es ist gerade Sabbat, hier wird kein Bett getragen. Und du, was heilst denn du einfach? Weil mein Dad das auch macht. Ach, und dein Dad ist Gott, oder was? Bingo. Wer mir glaubt, gewinnt das ewige Leben beim jüngsten Gericht. So, und jetzt speise ich 5000 Leute mit erstaunlich wenig Brot und Fischen. Und die Leute so, Wahnsinn, das gibt's ja nicht, wir krönen dich zum König des Caterings. Und der so, nee, nee, ihr versteht das nicht, ich bin das Brot des Lebens. Und die Pharisäer so, sag mal, wir können dich ja wohl schlecht essen. Und er sagt, ihr müsst mich sogar essen. Und was ist mit Vegetariern? Seine Botschaft ist schwer verständlich. Vielen seiner eigenen Jüngern sogar zu krass. Jedenfalls gehen sogar welche, verlassen ihn. Aber zwölf Jünger bleiben übrig. Und der Simon Petrus sagt zu ihm, Jay, wir wissen, dass du der heilige Gottes bist. Ja, dankeschön. Obwohl er jetzt richtig Beef mit den Pharisäern hat, geht er heimlich immer wieder nach Jerusalem in den Tempel und sagt dann solche Sachen wie, ich spreche im Namen des Herrn. Und dann erkennen sie ihn aber und sagen, das ist doch der, nach dem gesucht wird. Sie versuchen ihn zu packen, aber er kann entkommen. Und die einfachen Leute sind immer total beeindruckt von ihm. Wahnsinn, das gibt's gar nicht. Aber die Obermacker sagen, der ist aus Galiläa, das ist ein Ausländer, das kann nicht unser spiritueller Leader sein. Und zum Test setzen sie ihm dann eine Ehebrecherin vor und sagen, so mein Lieber, was sollen wir denn jetzt mit dir machen? Steinigen, wie das Gesetz es vorsieht? Und Jay sagt, aber absolut erfüllen wir das Gesetz. Und zwar wirft derjenige den ersten Stein, der ohne Sünden ist. Und die so, grrrr, das ist ja keiner. Und sie sagt, äh, und was ist mit mir? Du sündigst einfach nicht mehr und gehst heim. Dankeschön. Ich bin das Licht der Welt. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr seid fleischliche Richter. Ich bin von oben und gehe dahin, wo ihr nicht hinkommt. Boah, man versteht echt nichts bei dem. Und es geht noch eine Weile so weiter mit den Missverständnissen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Hä? Wie wär's mit, ich bin der gute Hirte? Mäh. Ja, eben, aber ich hab auch noch andere Schafe. Sag mal, wie lange willst du jetzt eigentlich noch um den heißen Brei rumreden? Bist du jetzt der Christus? Hab ich doch gesagt. Nur ihr glaubt's nicht. Aber meine Schafe kennen mich. Mäh. Und sie wollen ihn immer mal wieder steinigen, aber er haut ab. Nämlich nach Bethanien zum Beispiel, wo die Schwestern Maria und Martha leben. Oh, hi Jay. Es wär schön gewesen, wenn du ein paar Tage früher gekommen wärst. Unser Bruder Lazarus ist nämlich gestorben. Vor vier Tagen. Und er so, puh, das ist doch kein Thema. Lazarus, raus aus deinem Grab. Und er tritt tatsächlich auf, sieht noch ein bisschen blass aus. Und die so, Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Währenddessen hält die religiöse Oberschicht Kriegsrat. Wenn wir den nicht beseitigen, dann glauben alle an den und die Römer nehmen uns unseren Tempel und das Volk weg. Und der Hohepriester Kaiphas sagt, besser einer stirbt, als dass es dem ganzen Volk schlecht geht. Jesus hängt währenddessen noch bei den Schwestern Maria und Martha ab. Und weil Maria sehr dankbar ist, macht sie ihm die Haare mit so sauteurem Pflegezeug. Und Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der für die Finanzen zuständig ist, sagt, Wahnsinn, dieses teure Zeug, das hätten wir für 300 Öcken verkaufen können und Sozialarbeit machen. Hey, lass mal, das ist sozusagen meine letzte Ölung. Sozialarbeit könnt ihr immer noch machen. Und dann zieht er pompös auf einem Eselchen reitend in Jerusalem ein. Und die Leute sind völlig von dem Socken aus dem Häuschen. Sogar Griechen rufen, wir wollen Jesus sehen, wir wollen Jesus sehen. Und typisch Jay hält ja eine kleine Ansprache und sagt sowas Verwirrendes wie, wenn das Weizenkorn nicht gesät wird und stirbt, dann wächst nichts. Wer stirbt, der lebt. Und die Leute so crazy, es hat gedonnert, nein, er hat mit einem Engel geredet. Und das Event fanden sie ganz toll, aber sie glauben doch nicht wirklich an ihn. Jetzt ist es kurz vor dem Passerfest. Jay und seine Jungs essen nochmal schön zusammen zu Abend und genießen die Zeit zusammen. Plötzlich fängt er an, vor ihnen niederzuknien und ihnen die Füße zu waschen. Und der Simon Petrus sagt, da sei aber der Herr vor, dass du hier die Pflegekraft machst. Und Jesus sagt aber, wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du nicht zur Gang. Und er so, dann bitte einmal alles waschen, ja. Und so supportet ihr euch bitte auch gegenseitig, wie ich euch supporte. Ja, also ich meine alle außer dem Verräter. Was, wer ist denn der Verräter? Derjenige, der mit mir zusammen in die Schüssel gedippt hat. Und Judas weiß natürlich, dass er angesprochen worden ist. Und Jesus sagt, was du zu tun hast, machst du bitte schnell, ne. So, und an alle anderen, liebt euch, wie ich euch geliebt habe. Ja, okay, gerne. Und jetzt noch Folgendes. Erstens gibt es bei meinem Dad viele Wohnungen. Freut euch drauf. Zweitens werde ich ihn bitten, dass er euch den Geist schickt, der tröstet. Und dann, Peace, Leute. Ich werde jetzt eine Weile weg sein. Und ihr werdet Angst haben, aber lasst euch trösten. Und dann wendet er sich an Gott und betet und sagt, ich bitte nicht für mich, sondern für sie und für diejenigen, die sie einsammeln werden. So, Freunde, und jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang. Sie gehen zusammen zum Ölberg, aber dort wird er direkt verhaftet und zum hohen Priester Kaifers gebracht. Und der verhört ihn. Und Jesus sagt, also, ich habe nichts zu verbergen. Alles, was ich im Tempel erzählt habe, hat ja jeder mitgekriegt. Und dann wird er geschlagen. Bang. Aua. Nicht so frech. Und sie bringen ihn zu Pilatus, dem römischen Stadthalter. Und der sagt so, und du bist der König der Juden? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, aber ein König bist du, oder was? Ich bin zuständig für die Wahrheit. Oh, wow. Was ist denn Wahrheit? Also, Freunde, der ist ein bisschen crazy, aber harmlos. Ich lasse den frei. Nein, wir wollen den Barabbas frei haben. Also, bitte von mir aus. Dann foltert ihn halt und dann kreuzigt ihn. Und während Jesus noch ausgepeitscht wird und ihm eine Dornenkrone und ein Purpurmantel verpasst werden, sagt Pilatus, was für ein Mensch. Und dann wird Jay gekreuzigt. Pilatus schreibt extra noch ein Hinweisschild auf sein Kreuz drauf. Und dann beschweren sich die Pharisäer. Momentchen mal, da steht ja, dass der der König der Juden war. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Bei der Kreuzigung dabei ist das Trio Maria, also Jesus Mutter, ihre Schwägerin und Maria Magdalena und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Und der sagt zu seiner Mutter, das ist jetzt sein Sohn, das ist jetzt seine Mutter. Boah, habe ich einen Durst? Und er kriegt Essig zu trinken, was wahrscheinlich voll eklig ist. Und dann sagt er aber auch, es ist vollbracht und er stirbt. Sie piksen ihn nochmal, um festzustellen, ob er wirklich tot ist. Da läuft Blut und Wasser aus seiner Seite. Dann wird er begraben. Zwei Tage später will Maria Magdalena ihn nochmal pflegen und geht hin und stellt fest, Wahnsinn, das Grab ist leer, wo ist der denn hin? Und da kommt so ein Typ auf sie zu und sagt, warum weinst du denn? Ja, sie denkt, das ist der Gärtner. Sie haben ihn mir weggenommen, Maria, Meister. Und sie will ihn natürlich umarmen und er sagt, nicht anfassen, ich bin noch nicht so weit. Und abends ist er dann offensichtlich soweit, denn er zeigt sich den verbliebenen Jüngern und sagt, so, Jungs, ich bin's. Ich puste euch jetzt mal mit dem Heiligen Geist an. Jetzt könnt ihr Sünden vergeben. Und du, Tommy, das ist einer von den Jüngern, komm mal her, du darfst meine Wunden mal anfassen. Wahnsinn, du bist echt da. Und jetzt glaubst du, ne? Ja, hallo, glaube ich jetzt. Dann erscheint er ihnen nochmal Open Air, nämlich am See Genezareth und schließt sich im ganz kleinen Kreis nur Simon Petrus und seinem Lieblingsjünger. In der Bibel ist immer nur von seinem Lieblingsjünger die Rede. Dass das Johnny ist, wie ich am Anfang behauptet habe, ist nur überliefert. Jedenfalls fragt er Petrus, liebst du mich? Ja. Dann weide meine Lämmer. Mäh. Was? Ja, weide meine Schafe. Ja, und was ist jetzt da mit dem Johannes? Ja, was soll mit dem sein? Vielleicht wird er nicht sterben, bis ich wiederkomme. Und die so, was? Ich habe gesagt, vielleicht. Mäh. So ist es. Und das, liebe Leute, war das Evangelium nach Johannes. Vielen Dank. Vielen Dank.